Bums, Mann. Bums, Mann, EG. Vorhin hat er erst von dir gesprochen. Ey, Bumsie. Vorhin hast du gesagt, die war schon ein paar Tage nicht mehr live. Na, vor drei Tagen. Das ist schon drei Tage und dann Bumsie. Selten. Ach so. Und jetzt. Kommst! Kommst! Bin wieder da, sorry, hast du was gesagt? Äh, ja, ich hab gesagt, wie geht's dann, kleinen Pipan? Das Jürgen drückt einfach alles noch raus, ja, schon wirklich, welche Tiefel, was für klein, bei der kleinen Johannis da. Ich muss mich mal ganz kurz, ich fahr mal, um mich hier rum. So, jetzt kann man vernünftig was auch bei Gern. Belgen. Belgen. Der ist nicht klein, der ist größer als Nibivi. Exel. Was macht man in der Schule? Stimmt. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Untertitelung des ZDF, 2020 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 Da 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 Maybe Maybe Hier. Was schmeckt so gut? Danke, Ben. Ah, ich muss noch ein Pio mehr rausbringen. Ah, kennt man. Ja. Ich hab gedacht, ah, bevor er gar nichts hat. Bevor er anfängt zu stinken. Was? Bevor er anfängt zu stinken. Genau. Wow, wow, wow. Ich glaube, ich sollte mal schnell zum Servicewagen fahren und tanken. Ja. Ich glaube, das soll was machen. Komm, Junge. Ich weiß nicht, ob ich da überhaupt noch hinkomme. Ja, warte doch kurz. Ich komm, ja. Ich fahr hier nur mit einem kleinen Stück so. Oder Straße fahren. Ja, ich hab von Samstag so viel Mückenstiche, das glaubst du gar nicht, oder? Echt, ja? So schlimm? Ja, richtig schlimm. Irgendwie, der voll ist ja immer noch. So 70, 80. Bei Michel eigentlich jetzt auch daneben, ne? Ja. Ja, am Nachmittag halt, ja. Ja, die hab gesagt, die wollte Waschbeeren gucken. Ja, am Nachmittag. Boah, die musste ja noch arbeiten und ihre Freundin war ja in der Nachtschicht. Der kam aus der Nachtschicht, hat in drei Stunden gepennt und sind da hingekommen. Na ja. Und dann haben sie irgendwie um halb vier oder drei, halb vier wieder nach Hause gefahren. Na ja. Ach, die war auch mit ihrer Freundin. Ja, die rückwohnerin da, ne? Ja, ja, genau. Geht? Ja. 70, 80? Was meinst du, Timotel? 70, 80? Jetzt mal gemütlich rein. Jawoll. Der sah gerade richtig geil aus eigentlich, weil der so kaputt und dreckig war. Der sah halt aus wie ein richtiger Bagger. Fertig? Ja. Huch. Von mir kannst du auch mal rumfahren. Ja. Es ist eigentlich nur noch da hinten bei Sören, hier vorne ein bisschen was. Dann mach ich hier noch ein bisschen Popeldinger. Poeldinger. Okay, das Video ist bisschen wie hoch. Wir sind dann genehm auf. Ich nehme sehr, wie schön sette dich. Vielen Dank.